Moin Leute, Servus und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es zwei Tipps für den Morgen Donnerstag geben, die ich dir zeigen möchte. Falls du noch Tipps für den heutigen Mittwoch suchst, kannst du gerne mein letztes Video anschauen. Dort findest du auch noch bestimmt etwas. Ansonsten würde ich sagen, legen wir los. Wir sind heute nur im spanischen Bereich unterwegs. Das erste Spiel ist in der Copa del Rey in Spanien und zwar zwischen Ue Conela und dem FC Barcelona. Barcelona ist vor drei Tagen im Supercup-Finale ausgeschieden gegen Atletico Madrid, beziehungsweise im Finale einfach verloren. In der Verlängerung, also nach 120 Minuten, Messi hat rot gesehen und so weiter. Das heißt, sie können sich jetzt meiner Ansicht nach nicht ein weiteres Pokal ausscheiden in so kurzer Zeit leisten. Dagegen haben wir Ue Conela, ein Drittligist aus Spanien, Platz 8 von 11 in ihrer Liga. Seit vier oder fünf Spielen gab es keinen Sieg mehr in ihrer Liga, aber jetzt kommt das große Aber. Sie haben Atletico Madrid am 6.1., also im Januar, vor gut drei Wochen dann rausgeschmissen. Das war die größte Überraschung im Copa del Rey und da ist Barcelona auf jeden Fall gewarnt. Ich glaube nicht, dass Barcelona aus dem Grund viele Spieler schonen wird. Da müssen die Stars einfach durch, denn der Trainer wackelt eh schon meiner Ansicht nach. Zuletzt gab es zwar wieder ein paar Siege in der Liga, trotzdem ist es wenig überzeugend hier, was Barcelona zeigt. Und an sich können die sich kein zweites Ausscheiden im Pokal innerhalb einer Woche leisten. Und deswegen, ich gehe nicht von einem hohen Barcelona-Sieg aus. Das wird ein ganz knappes Ding, wie ich schätze. Und deswegen gehen wir hier auch auf, beide Teams erzielen mindestens ein Tor, Barcelona und nein. Das heißt, Barcelona gewinnt dieses Spiel und bekommt kein Gegentor. Coutinho wird fehlen, Piquet wird fehlen, Fati wird fehlen. Das ist zu erwähnen, aber trotzdem sollte die Qualität weiterhin ausreichen. Ansonsten haben wir noch in der ersten spanischen Liga ein weiteres Spiel, und zwar zwischen Aiba und Atletico Madrid. Aiba ist sicherlich keine so schlechte Mannschaft, wie sie vielleicht dastehen. Sie sind auf Platz 15, Atletico spielt eine richtig gute Saison. Sie haben halt einfach eine unfassbar gute Abwehr, sechs Gegentore in 16 Spielen. Also das ist Wahnsinn, was diese Mannschaft in der Abwehr spielt. Unfassbar gut, 13 Siege in 16 Spielen, unfassbar gute Bilanz. Aiba ist sogar mal fast Tabellenletzter hier. Trotzdem eigentlich eine Tabellenmannschaft, die so zwischen Platz 8 und 12 anzusiedeln ist. Aber es läuft nicht, wie ihr sehen könnt. Im Pokal ausgeschieden gegen einen Zweitligisten, gegen Levante verloren. Knapp hier gegen, ich glaube, das ist auch ein Drittligist geworden. Also es ist nicht so überzeugend. Hier gab es mal einen Unentschieden gegen Barcelona. Es wird ein enges Spiel, das wird es immer bei Atletico Madrid. Also von einem 3-4-0 braucht ihr hier nicht ausgehen, meiner Ansicht nach. Trotzdem, vielleicht steigt die Quote noch auf 1,70. 1,66 ist natürlich ein bisschen knapp bemessen. Aber wie gesagt, das wären die zwei Tipps für den Morgen Donnerstag. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Schreib gerne deine Meinung zu den Tipps in die Kommentare. Vielleicht siehst du es auch völlig anders. Ansonsten lass gerne ein kostenloses Abo. Da würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der Kanal wächst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Tippen. Hau rein und ciao.